So, wir haben gerade wieder eine Levitas Lieferung gekriegt, neue Foils, der Barzee packt es einmal aus und wir erklären euch das ein bisschen. Tavers. Was ist das für ein Set? Aspect-Set müsste es sein. Aspect-Set und ein Cruiser-Flügel haben wir extra dazu bestellt. Gut eingepackt haben sie es. Sauber wieder. Der Heckflügel. Immer mit Schultz an der Trailing-Edge. Das Kerbstück vermaßt. Volle. Gas. Du Das war's für heute. Hättest du das mal ausholen können? Ja. Schauen wir sie dann. Wir nehmen das Fuselet, das Edelstahl. Werkzeug und Schraubenset. Und der Christian wird es auch gleich einmal zusammenbauen. Damit man es sieht. Als erstes die Fuselet schon einmal rein. Die Fuselet schon rein. Dann kommt der Frontwink gleich drauf. Das ist alles fix. Verbindungsstück. Dann reichen vier Schrauben. Jetzt ist etwas runtergeflogen. Und die Zauberer der Assistentin. Oder? Genau. Jeder Zauberer hat eine Assistentin. Ja. Christian, was schätzt du, wie lange brauchst du zum Zahnbauen? Viertelstunde. Viertelstunde. Viertelstunde? Viertelstunde. 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 Jetzt bin ich noch Zeit gelassen und hast dann wieder Zeit geblieben, oder? Nein, noch bist du nicht fertig. Ach so, ja. Okay. Das zählt nicht. Der lagert noch. Fertig. 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 Batsi unglaublich. Exakt zwei Minuten auf die Sekunde. Siehst. Und jetzt. Gut. Gut.